Wir stehen jetzt hier vor dem Testzentrum an der Angerspitze. Hier kann sich jeder testen lassen, der sich freiwillig auf Corona testen lassen möchte oder aber die Lockerungsmaßnahmen gerade hinsichtlich der Außengastronomie nutzen möchte. Also einfach mal wieder einen Kaffee trinken auf dem Marktplatz, der kann sich hier testen lassen, hat dann 24 Stunden die Möglichkeit die Außengastronomie zu nutzen und darüber hinaus werden wir am Freitag am 9.4. auch ein Testzentrum in der Weinbergstraße eröffnen. Auch hier haben dann alle die Möglichkeit sich testen zu lassen. Wir müssen jetzt erst mal schauen wie die Nachfrage ist, wie es anläuft und können dann auch noch weitere Testkapazitäten ausbauen. Im Modellprojekt für unseren Landkreis Harz hier für Wernigerode sind gegenwärtig nur die Außengastronomie berücksichtigt. Der Handel, Sport, Kultur das wären dann alles nächste Schritte. Wir schauen aber jetzt erst mal wie sich natürlich auch die Inzidenzzahlen entwickeln, denn die müssen natürlich auch immer im Rahmen bleiben und wenn das gut läuft kann man sicherlich auch über weitere Schritte nachdenken. Also ich denke, dass das ein Lichtblick ist für uns als Modellprojekt erst mal starten zu können. Wir hängen natürlich von sehr vielen Faktoren ab. Das ist zum einen das Wetter. Für Außengastronomie ist natürlich das Wetter entscheidend, ob das ein Erfolg werden kann oder nicht und es ist für uns auch sehr wichtig, dass wir alle Bedingungen, alle Rahmenbedingungen und alle Details genau wissen um starten zu können, da wir ja in der Branche auch einen Vorlauf benötigen. Also um es ganz einfach auf den Punkt zu bringen, als Gast im Café möchten sie ja die Speisen und Getränke genießen, die wir aber vorher logistisch erst anschaffen müssen, die wir lagern müssen, die wir vorbereiten müssen nach über fünf Monaten Ruhezeit. Ich bin ganz einfach optimistisch, dass das Wetter in diesem Sommer mitspielt. Im letzten Jahr hatten wir die wunderbare Saison, das wunderbare Wetter, das uns natürlich sehr hilfreich zur Seite stand, um Gastronomie und auch Außengastronomie nutzen zu können. Wenn das in diesem Jahr nach Abschluss des Modells sich genauso zeigen würde, wäre das natürlich fantastisch und wäre für die Branche wirklich hilfreich. Die Bestätigung vom Land auch ja erst vor wenigen Tagen kam und insofern müssen wir jetzt schauen, welche Gastronomen können das Stämmen in der Kürze der Zeit von heute, dem siebenten bis zum neunten alles so vorzubereiten oder alles herzurichten, dass Außengastronomie die Tür öffnen kann. Ich gehe auch davon aus, dass möglicherweise nicht jeder Gastronom am neunten schon öffnen kann, dass er eine längere Vorbereitung oder eine längere Zeit benötigt, um zu öffnen. Und wenn das dann in der nächsten Woche mit passendem Wetter ist, ist es denke ich auch okay. Ja, hallo, ich bin Anna vom Studio D4. Ihr seht hier hinter mir unser Corona-Schnelltestzentrum. Das haben wir gestern auf der Angerspitze in Wernigerode eröffnet. Hier könnt ihr euch nun täglich von 10 bis 18 Uhr auf den Coronavirus testen lassen. Generelle Voraussetzungen, um euch bei uns testen zu lassen, ist ganz einfach. Ihr braucht einen Personalausweis. Im Optimalfall habt ihr euch vorher aber auf euer Smartphone auch schon die App PassGo runtergeladen. Diese findet ihr im App Store oder auch im Google Play Store. In dieser App registriert ihr euch mit euren Kontaktdaten und zeigt uns dann hier vor Ort euren QR-Code vor. Das erleichtert uns das Eingeben der Personaldaten und vermeidet unnötige Wartezeiten. Solltet ihr kein Smartphone haben, ist es natürlich aber auch kein Problem. Ihr kommt einfach mit eurem Ausweis und wir nehmen eure Daten auf. Das Ganze ist auch kein Zauberwerk. Innerhalb von zwei bis drei Minuten seid ihr aus unserer Teststation wieder raus. Tut auch nicht weh. Das Ergebnis bekommt ihr dann im Nachgang immer über die App eingespielt. Solltet ihr die App nicht haben, drucken wir euch gerne auch die Bestätigung vor Ort aus. Ganz wichtig, sollte der Test positiv sein, müsst ihr euch bitte unbedingt sofort in Quarantäne begeben. Wir geben euer Ergebnis an das Gesundheitsamt weiter und diese werden sich mit euch in Verbindung setzen. Wir haben ab jetzt jeden Tag von 10 bis 18 Uhr geöffnet und stellen euch die kostenlosen Tests zur Verfügung. Wir freuen uns auf euch.